ja hallo liebe uhrenfreunde ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im federhaus auf meinem kanal mein name ist alexander und ich zeige euch heute im hands on die saiko samurai mit bürgerlichem namen hört diese uhr auf die bezeichnung srpe 33 k1 die samurai ist auch eine uhr die saiko in diesem jahr 2020 überarbeitet hat und ich bin froh dass ich sie euch noch zeigen kann denn ich muss natürlich auch erstmal die gelegenheit abwarten sie in die hände bekommen zu können und ich freue mich dass es mit dieser special edition geklappt hat mit dieser save the ocean version mit diesen schönen stachel rochen auf dem zifferblatt und das ist für mich auch wirklich das highlight dieser uhr seiko hat ja bei den upgrades auch zum beispiel von der turtle und von der sumo die zifferblätter auch hochwertiger gestaltet gestaltet und hier bei der samurai gerade bei diesem zifferblatt kommt dieses upgrade und dieses wertigere zifferblatt finde ich noch mal deutlich mehr raus als bei anderen modellen je nachdem wie man die uhr hält und wie viel licht sie bekommt und wie das licht eben spiegelt sind diese stachel rochen mehr oder weniger präsent und sie wirkt es wirkt tatsächlich so als würden sie unter der wasseroberfläche schwimmen ich versuche das hier mal einzufangen und euch zu zeigen von den ersten pressen bildern pressebildern her war ich ein bisschen skeptisch ob mir diese rochen nicht ein bisschen zu präsent sind aber ich muss sagen der effekt ist stark und hier könnt ihr das sehen ich bewegt die uhr mal so ein bisschen raus und jetzt wirkt es wirklich so als wären sie unter dieser wasseroberfläche das finde ich ist wirklich stark gemacht kommen wir kurz sonst zu den anderen upgrades die die uhr bekommen hat ein safir glas und das safir glas hat auch eine antireflex beschichtung auf der innenseite und das lunetten inlay ist aus keramik ja falls ihr euch jetzt gerade ein bisschen an den reflektierenden leuchten im glas gestört habt ich habe das jetzt hoffentlich beseitigt das heißt in den nächsten hands-on videos werden wir diesen effekt nicht mehr haben ich habe meine lightbox im wahrsten sinne des wortes auseinandergerissen habe die leuchten demontiert und habe sie anders wieder montiert und in den ersten probeaufnahmen sah das ganz gut aus und jetzt dürfen wir in zukunft dieses problem mit den spiegelungen nicht mehr haben und ich bin schon gespannt auf die neuen aufnahmen im nächsten jahr jetzt wie gesagt hier haben wir es leider noch drin aber ich bemühe mich ja immer das weiter zu verbessern also schauen wir mal auch warten mal ab auf die nächsten aufnahmen im nächsten jahr dann haben wir diese lichtreflexe hoffentlich nicht mehr ja schön gemacht finde ich eben auch die lunette mit der riff look das kommt sehr schön dieses muster gefällt mir ganz gut erinnert mich ja so an kühlergrill von bestimmten autos oder sowas irgendwie vom muster her dieses diamanten muster diese polierten mittelteil am samurai gehäuse mag ich sehr gerne die bürstung ist auch tadellos ausgeführt für eine uhr in dieser preisklasse insgesamt wird die uhr schon wertig sie könnte aber noch wertiger wirken das armband ist so ein bisschen so la la es ist solide gemacht es ist gestiftet es ist irgendwo typisch seiko ich würde es mir aber tatsächlich doch ein bisschen wertiger wünschen noch in dieser preisklasse weil wenn ich das jetzt vergleiche mit micro brands die bekommen eben halt auch hochwertigere armbänder hin und bieten zum teil auch seiko werke an und hochwertige zifferblätter und deswegen die bieten dann auch massiven innenbügel an der schließe also hier sehen wir übrigens immer den gehäuseboden mit der gravur special edition unter der typischen seiko welle um noch mal auf das armband zurückzukommen also ich finde da sollte seiko einfach noch mal daran arbeiten denn gerade uhren in dieser preisklasse da finde ich da fällt das so ein bisschen ab man hat eine schöne lunette mit keramik man hat ein entspiegeltes safirglas ein hochwertiges zifferblatt mit diesem genialen effekt und dann fällt dieses armband da qualitativ so ein bisschen ab das finde ich einfach schade es ist jetzt aber auch kein richtig schlechtes armband die lunette einseitig drehbar 120 klicks die klicks waren bei diesem modell jetzt bei diesem exemplar nicht ganz so präzise wie ich das bei den modellen in der vergangenheit gewohnt war die ich auf meinem kanal in der hand hatte da hatte ich jetzt einfach mal so einen kleinen ausreißer nach unten normalerweise habe ich ja eher glück und erzählt das in meinen hands und videos ja auch wenn die lunette wirklich gut war und ja ein tolles gefühl hatte bei den bei den rastungen jetzt habe ich eben mal ein exemplar erwischt was nicht so hundertprozentig meinen persönlichen ansprüchen gerecht wurde das heißt aber nicht dass es jetzt schlecht war und ist natürlich jetzt auch eine sehr sehr subjektive geschichte wenn ich sage mir hat so diese armband qualität nicht gefallen weil auch als ich dieses hands on video gedreht habe hatte ich natürlich mehrere uhren in der hand auch und eben auch mal ein kautschuk band und dann auch wieder uhren in einer anderen preisklasse und wenn du deine seiko in die hand nimmst dann kann das den eindruck so ein bisschen verfälschen weil wenn man vorher eine uhr in der hand gehabt hat die das doppelt oder dreifache gekostet hat und dann greifst du zu so einer seiko dann ist manchmal der eindruck eben so ein bisschen so hoch was ist das denn jetzt gerade und deswegen lasst euch von meinen worten jetzt nicht in die irre führen dass das ein schlechtes armband wäre sondern macht euch am besten immer selber einen eindruck denn jeder empfindet das anders ja also ich finde die uhr ist auf jeden fall ein blick wert einfach weil ich die verbesserung super stimmig finde schönes safir glas keramik lunetten inlay passt zifferblatt ist hochwertig die uhr ist besonders interessant für leute die etwas größere armband uhren mögen die abmessung habe ich gerade eingeblendet ich habe mich schon so sehr an uhren mit 42 mm gewöhnt dass mir diese uhr schon an meinem arm ein bisschen zu groß vorkommt mein handgelenksumfang liegt bei 18 1,5 cm also ich finde sie ich kann sie schon noch tragen aber ich kann mir diese uhr auch gut einem arm vorstellen der vielleicht 19 20 21 oder 22 cm handgelenksumfang hat also ich denke das ist eine interessante uhr auch für euch ja an dieser stelle sage ich schon mal vielen dank für eure unterstützung im ganzen jahr 2020 dieses video wird dann zu weihnachten veröffentlicht da möchte ich euch nicht bis zum wochenende sozusagen hängen lassen mit diesem hands-on video deswegen werde ich dann vermutlich schon an heilig abend dann auch veröffentlichen und an dieser stelle wünsche ich euch einfach ein frohes fest einen guten rutsch bleibt alle gesund und ja dann würde ich sagen hören wir uns alle mal wieder zum nächsten hands-on video im nächsten jahr dann im januar wieder wie gehabt und ja vielen dank für eure unterstützung wer noch nicht abonniert hat drückt doch mal auf den abo button das tut keinem weh und ja ansonsten vielen vielen dank fürs anschauen meiner videos und ganz ganz herzlichen dank einfach noch mal macht's gut bis zum nächsten mal